Was geht eigentlich aktuell ab bei Nightwish? Das gucken wir uns heute mal an. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin zertifizierte Gesangslehrerin und Inhaberin der Tanja Levy Vocal Studio Schule. Wir haben aktuell ein richtig geiles Ausbildungsprogramm für dich, denn du kannst dich bei uns in drei Monaten zu professionellen Sängerin zertifizieren lassen. Wir haben da fünf Dozenten, 19 Module und ganz, ganz viele moderne Techniken, Atmung, Belting, Twang, Mixed Voice, Nasale Resonanz und viele, viele mehr in dieser Online-Ausbildung. Die startet jetzt wieder ab dem 5. Oktober. Wir bieten sie viermal im Jahr an und da wirst du intensiv durchgepowert von unserem Team in einer Gruppe und das Ganze wird live unterrichtet und ich würde mich mega freuen, dich im Einführungsgespräch kennenzulernen und dann gemeinsam zu entscheiden, kommst du rein in die Gruppe oder eben nicht. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Gucken wir jetzt gleich auf den Link da oben. So, jetzt muss ich ganz kurz Stopp machen und das mache ich natürlich wegen Copyright Strikes und Blogs und da sind sie im deutschsprachigen Raum natürlich härter als auf anderen amerikanischen Channeln. Wir hatten ja schon mal was zu Nightwish gehabt. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, da muss man ganz genau aufpassen, was man sagt, weil es sonst echt nach hinten losgehen kann. Aber grundsätzlich, ich finde die Flor super. Flor Jansen ist klasse, ne? Also mir gefällt die schon sehr und das muss ich jetzt mal auch mal ehrlich sagen, das darf ich auch. Das ist ja auch mein Kanal. Und sie hat eine unglaubliche Range, sie hat sehr viel Power in der Stimme, die ist unglaublich flexibel auch und sie hat vor allem auch in der Höhe Power, aber trotzdem hat sie ein dunkleres Tombow und Kraft. Ich habe sie auch in anderen Formaten gesehen, im Fernsehen und fand das auch wirklich, wirklich stark. Die ist pitch, pitch perfekt und ich finde gerade so, ob das jetzt Rock ist, Heavy Metal Bereich, nicht alle sind live auch stark. Ich habe mir mich gerade vorhin noch ein Bon Jovi Video angeschaut, live jetzt aktuell und war teilweise erschrocken, was eigentlich da passiert ist. Warum ist es oft nicht so einfach für Sänger, weil auch die Gegebenheiten nicht einfach sind. Du hast starke Instrumente, laute Instrumente, gegen die du ansingen musst. Das sind ganz andere Settings. Auch draußen zu singen kann die Stimmbänder im Übrigen austrocknen. Die Stimmbänder können auch bei verschiedenen Effekten oder wenn Rauch kommt, die Stimmbänder sind so vorausgetrocknet. Manchmal ist das auch nicht einfach für den Sänger, dagegen auch zu halten. Man ist automatisch deutlich lauter in solchen Settings. Aber ich finde, hier ist das sehr, sehr gut eingespielt. Wir schauen mal weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert oder nicht, aber die Dame singt in Light Mix. Also Light Mix, Mix, Kopfstimme. Das finde ich hardcore. Das finde ich echt heftig, weil die ist eine sehr, sehr starke Light Mix, Mix Voice Stimme. Das heißt, sie mischt. Sie mischt schon relativ weit unten. Ich sage, einige Begriffe werden hier wirklich wahrscheinlich niemandem was sagen, aber wir haben Bruststimme und Kopfstimme und man kann dazwischen auch mischen. Wenn ich jetzt die Bruststimme mitnehme und mische, dann kann das durchaus sein, dass das dann nicht mehr so stark wird. Und das klingt dann so, das kann ja so ein bisschen wie goofy klingen. Das kann, wenn ich jetzt so mischen würde. Dann merkt ihr, es ist nichts halbes, nichts ganzes. Das ist ja irgendwie gemischt, weil da ist jetzt auch ein bisschen Kopfstimme mit drin. Und für einige ist es sauschwer, in der Mischstimme kräftig und gut zu klingen. Lass euch das mal gesagt sein, dass das nicht so einfach ist. Wir gehen nochmal mit weiter. Wir gehen nochmal mit weiter. Ja, wir machen mal auch hier ganz kurz Stopp. Also ich finde, sie klingt auch wahnsinnig melodisch. Also man merkt, dass das eine Stimme ist, die nicht nur komplett klassisch Operahintergrund, bei der ersten Sängerin. Jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen. Tarja, glaube ich. Jetzt muss ich immer mal ganz kurz gucken. Wenn ich mich peinlich mache auf euch allen. Ja, Tarja, ich hätte recht gehabt. Ich habe das früher als Teenager-Peak gehört. Und dann irgendwie, ich bin immer auf dem Rock einfach nur hängen geblieben. Also ich war immer schon Billy Idol, Aerosmith, der Glamour-Rock. Fleetwood Mac, das war ja immer so meins. Naja, was ich finde ist hier, man hört zwischen den beiden Sängern, wir vergleichen die nicht. Das wollen wir ja nicht machen. Das ist auch uncool. Das ist auch nicht pädagogisch. Aber was man trotzdem auch mal unterscheiden kann, ist, dass die Tarja, glaube ich, auch einen ganz klassischen Hintergrund hat. Oder ich meine, in Erinnerung zu haben, das liegt aus der Klassik ja auch kommend. Und dadurch auch einfach nochmal anderen Klang hat. Und das höre ich nicht so raus bei der Florianzende. Ich glaube, die ist einfach, ich glaube, vielleicht hat die einfach nur Gesang studiert oder so. Aber nicht, glaube ich, mitten im klassischen Hintergrund. Aber schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht hat sie das ja auch gemacht und sich auch einfach angepasst. Weil ich finde, hier klingt es leichter und poppiger, dadurch, dass der Kehkop auch in einer anderen Position ist. Das ist beim Klassik immer dieses Sobbing, nennt man das. Ein tieferer Kehlkopf. Das leichte Schluchze. Ich bin keine klassische Sängerin. Nimmt mich nicht auseinander jetzt, ja. Aber ich kenne die Elemente. Tieferer Kehlkopf, runde Vokale, Sobbing. Let's the parties. Wir schauen nochmal ein kleines bisschen rein. Und dann machen wir Schlussfolger wegen Copyright Strikes. Nein. Schöner Vibrato, oder? Nein. 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 Das ist auch echt Leistungssport. Ich sag, ich mach's doch mal selber nach. Geh doch mal selber bitte auf die Bühne und mach das einfach mal nach. Das ist Hardcore-Leistungssport, was sie macht. Ich finde von allen Stilen, die ich mir teilweise auf dem Kanal hier auch anschaue und über zehn Jahre unterrichte ich hier das Gesang. und ich finde diese Stilistik mit am härtesten, weil dort einfach alles stattfindet sie macht einfach alles sie könnte auch einfach Deutschpop singen und dann wäre es Sprechgesang und würde sich in einer Range befinden und du hättest das ist von der Arbeitsanforderung nicht so hart wie das, was die Dame jetzt hier macht, also was die Floor macht, das muss man mal so sagen also so zu switchen Mix, Light Mix, Kopfstimme, Vibrato Klassik, dann hat es dann doch irgendwie poppigeren Einfluss, also es ist schon deutlich auch da hätte jetzt auch keine andere Sängerin so gut gepasst, also die haben sich das schon ganz genau überlegt, bestimmt auch lange geguckt, wer da jetzt als Nachfolger auch reingehen kann, also weil die muss, muss leicht mega schwach sein, das geht auch nicht anders, also ja meine Lieben, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich mir am liebsten anschauen soll, weil ich habe natürlich jetzt irgendwas genommen, was bei mir aufgetaucht ist, unter Neidischleid und ihr schreibt mal am besten unten rein, was ich mir angucken soll, weil ich bin ja kein Spezialist da, aber wenn ihr mir ein paar gute Empfehlungen macht, dann schaue ich unbedingt und definitiv rein, wir sind auf TikTok, wir sind auf Instagram und wir geben euch Tipps rund um die Uhr jeden Tag, sieben Tage die Woche Gesangstechnik, Bühne, Auftritte, Plattenverträge, alles was dazu gehört und wir unterstützen dich rund um im Tiny Navy Vocal Studio Team, wenn du selber eine Gesangsanalyse haben willst, dann klick dich doch mal hier unten rein und wenn du das letzte Video, was ich von denen analysiert habe, anschauen möchte, ist vor zwei Jahren, dann musst du jetzt gleich hier dranbleiben. Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein.